freunde willkommen zu einem neuen video von basement 45 heute geht es endlich um den yamaha as 2200 den voll verstärker hier hinter mir es gibt massig massig videos dazu im internet ich konnte jetzt endlich den verstärker hören und will euch darüber berichten das ganze für mich ein emotionales video denn yamaha ruft bei mir emotionen hervor erinnerungen gefühle wie ich früher gehört habe und es ist ein klangbild ist es ein klangbild wie es früher war an das ich mich erinnere das werden wir heute mal feststellen ich versuche euch zu beschreiben was ich hier in dem raum mit dem yamaha erlebt habe an den akustik energy 509 und den kleinen sogar in verbindung über diese vorstufe des yamaha aber bevor wir dahin kommen schauen wir uns das ganze erst mal kurz in einer übersicht an was er bietet wir von vorne und von hinten aussieht und dann sprechen wir über den klang also los geht's und viel spaß schauen wir uns den yamaha doch einfach mal an und das was mir sofort auffällt ist einfach nur pure hifi schönheit schalten wir den mal an mit diesen wunderbaren kipp schaltern die wirklich massiv sind und allein da macht es spaß den verstärker zu bedienen eine ganze reihe von relais klickt die vometer werden beleuchtet die sind aber auch dimmbar in der beleuchtung das vielleicht sieht man das nicht auf dem video so ganz aber wenn in der nacht oder in der dunkelheit das bisschen zu hell ist kann man die mit dem mit dem einsteller hier der vometer der peak v off wenn man auf dimmer geht dann fährt das ganze runter und hoch wenn man das sieht ja es verschwindet und in dieser position in der man es haben möchte zum beispiel jetzt stellt man einfach um und schon hat man die gewünschte helligkeit ansonsten für mich eine typische verstärkerfront auch gott sei dank mit yamaha bass treble und balance einsteller alles aus aluminium alles einfach schön gemacht um das zu bedienen wir haben hier ein trim für die headphones minus sechs plus sechs und plus zwölf db einstellbar wir können hier die die lautsprecher a b und a plus b als b-wiring nutzen dann haben wir diesen pure direct modus von yamaha erst wenn alle regler hier ganz normal in der null position stehen vielleicht heute das klicken das ist dann somit wird das ganze umgang die ganze klangregelung und dann natürlich noch den input schalter der einfach fantastisch funktioniert auch das ist eine wahre freude rein analog das ganze ich natürlich in diesem video nur auf phono betrieben ich habe diesen verstärker nur auf phono betrieben in diesem video und apropos phono wir haben mm und mc das ganze schaltbar und die lautstärkeregelung die wunderbar samt weich läuft auch der lautstärke knopf ich gehe hier erst mal nur auf die reine bedienbarkeit auf die optik des yamaha ein über den klang sprechen wir später und diese audio mute funktion die ich auch mit der fernbedienung nutzen kann noch mal zu volume ist extrem feinfühlig regelbar das ganze also sowas hatte ich auch noch nicht dass das in so minimals schritten wenn man den festhält geht es natürlich schneller aber dass der in so minimals schritten einstellbar ist ist schon fantastisch die mute funktion ist bei yamaha ein klein wenig anders gestaltet der schaltet nicht die lautstärke komplett ab sondern schaltet die um einige dezibel runter das heißt wenn ich hier jetzt entweder am verstärker oder auf der fernbedienung ich drücke auf den mute knopf und die lautstärke fährt ich denke ja so ein 20 dezibel einfach runter und drücke ich noch mal auf den mute knopf fährt sie wieder in die gewünschte position hoch somit hat man nicht diesen diesen krassen an aus effekt sondern das ganze etwas sanfter ist natürlich ein gimmick aber ein nettes gimmick und einfach mal durchdacht gemacht das ganze das war es jetzt von der front ich könnte einfach nur sitzen und den verstärker anschauen ja ich bin ein fan von yamaha ich glaube das ist jetzt auch kein geheimnis mehr aber ja für mich sieht hi fi so aus aber schauen wir mal noch hinten nach da ist er nicht weniger schön und nicht weniger anschlüsse und das wie das alles aussieht und dann sprechen wir mal über den klang des yamaha as 2200 von hinten sieht das ganze so aus alles wunderbar vergoldet die massiven lautsprecher klemmen hier jeweils doppelt ausgeführt die ganz normalen analog tuner cd line in phono das ist was für mich das wichtigste ansonsten ja ich meine es gibt so viel über den verstärker im internet ich wollte hier das ganze nur mal zeigen es geht ja in diesem video um den klang des verstärkers für mich hier privat und ob der hier passen würde ob der zu mir passt so wie ich das in erinnerung hatte noch vor einigen jahren ich hatte mal den as 1200 besessen ich kann euch so viel schon mal sagen das ist hier noch mal eine ganz andere nummer aber jetzt habt ihn mal gesehen euch einen kleinen überblick verschafft falls ihr das noch nirgends gesehen habt und ganz neu hier das erste video vielleicht ist was ihr zu diesem thema seht zu dem yamaha und dann reden wir doch gleich am besten mal über den klang ja der liebe yamaha ist schon ein bolide mir gefällt das sehr gut es ist groß es ist schwer das ganze ding wiegt irgendwie 22 kilo 23 kilo es ist sehr tief mit den anschlüssen also da braucht man platz es ist kein verstärker den man irgendwo unterbringen kann oder verstecken kann optisch sondern er hat schon eine aussage ich bin jetzt hier ich will auch gesehen werden warum auch nicht wenn etwas so gut gemacht ist und so fantastisch aussieht will man das als stolzer besitzer aber auch präsentieren ich war sehr gespannt als ich einen verstärker angeschlossen habe hochgefahren ein bisschen warm laufen lassen und dann die erste platte aufgelegt habe was mich erwartet nach all der zeit nach all den jahren und das was mich erwartet hat war nichts anderes als das was ich in erinnerung hatte ich habe einen ohne erstmal im einzelnen auf die segmente einzugehen einen sehr lebendigen klang für mich wirklich schon natürlichen klang es ist alles sehr fließend es ist alles unterteilt auch von der bühne die er darstellt aber es ist trotzdem zusammenhängt ich weiß nicht ob das irgendeinen sinn macht aber der jamaher schafft es bei mir einfach so ein fließendes zusammenhängendes klangbild ohne jegliche brüche ohne ja irgendwelche abstufung der qualität und das etwas zu etwas anderem nicht passt sondern ich habe einen einen fluss der musik der mich persönlich sofort catcht das hört man auch sofort wenn man den verstärker an macht es wird mit der zeit für mich brauchte also 20 30 minuten um auf betriebstemperatur zu kommen und danach wurde ja je nach aufnahme sogar leicht warm das was ich gehört habe so kommt es auch rüber habe ich eine relativ warme aufnahme irgend schön jazz kommt es rüber habe ich eine aufnahme in der extrem viel bass ist macht das der verstärker ohne mit der wimper zu zucken und das ganze extrem kontrolliert also ich finde der kontrolliert die lautsprecher einfach mit eiserner hand so wie man sich das wünscht vom hochton her ist mir wirklich nichts besonderes aufgefallen dadurch dass der verstärker ein klangbild produziert das in sich einfach geschlossen ist es gibt keine keine peaks es gibt keine brüche es ist einfach zusammenhängt und gibt das wieder was man ihm speist und das finde ich einfach hervorragend und ich habe lange gehört und ich habe wirklich spaß gehabt denn sei es billy eilish sei es ac dc es macht einfach nur spaß denn es hat schmiss es hat werf die trompete oder das saxofon nachdem was ihr hört das hat das kann richtig laut und das macht der verstärker der stellt diese diese laute teilweise in den aufnahmen saxofon bei john call to a giant steps das haut er einfach raus ohne und das ist wichtig ohne dass er es übertreibt und irgendwie alleine darstellt das ist ja quasi man hört das saxofon und alles andere gibt es nicht das nicht es ist immer im gesamtbild eingefangen würde ich das machen als als foto da gesprochen habt immer ein bild ihr seht alles ihr seht alles zu gleichen teilen und nichts über bordert hier mit nichts kollidiert nichts nervt finde ich für mich jetzt in meiner höhere position mit den lautsprechern den akustik energy 509 gab es einfach eine symbiose deswegen auch vielleicht der titel von oder der spruch von mohammed ali ja es ist es ist federleicht es ist selbstverständlich also der verstärker hat etwas majestätisches selbstverständliches die musik ist einfach da ich habe nicht das gefühl als würde ich hier einem hi-fi gerät zuhören und das ist sehr sehr selten ich mache den verstärker an ich mache eine platte an und ich verliere mich in dem klang ich habe einfach spaß dabei vielleicht durch diese symbiose mit den lautsprechern die nicht so überbordend im hochton sind da habe ich jetzt die passende energie ich habe keinen bruch zu den mitten und ich habe ein bass der türen eintreten kann wenn es die aufnahme erfordert und das ist ganz ganz wichtig der verstärker gibt in keinster weise irgendwo etwas dazu für mein empfinden billy eilich war unfassbar schmissig ich habe alle effekte gehört teilweise ein bisschen mehr also die vorne vor stufe ist einfach hervorragend ich habe einen bass der knallte ist wirklich wenn auf der aufnahme vorhanden auch sofort da ansatzlos geliefert super kontrolliert da halt jetzt bei dem verstärker nichts nach es macht einfach nur ein riesen spaß ac dc aufgelegt das ganze diese trockene staub trockener bass drum ist dieser kick von von der back in black albums das wird einfach ansatzlos wiedergegeben die gitarren flirren durch die gegend nerven nicht ja es ist mit der schwierigste verstärker für mich zu beschreiben denn es ist alles ein gesamtbild bei allen anderen verstärkern war es einfacher zu beschreiben weil es etwas gab was die besonders gut konnten ich empfinde hier bei dem yamaha ist das anschließend glücklich werden wenn euch diese herangehensweise gefällt ich wüsste jetzt nicht wenn man wenn man wirklich zuhört und dem verstärker eine chance gibt was einem da nicht gefallen sollte er ist nicht kühl er hat nicht zu viel hochton er hat dabei aber nicht zu wenig bass sondern der ist einfach extrem kontrolliert und er hat halt seele es ist so klingt für mich musik und jetzt bin ich gespannt was da draußen in den kommentaren los ist denn der yamaha macht für mich musik und zwar ansatzlos mühelos selbstverständlich als wäre es nichts hier für ihn irgendwie schwierig darzustellen ist es auch nicht denn die lautsprecher sind leicht anzutreiben ist extrem kräftig wenn es die aufnahme erfordert der kann sehr laut natürlich keine laut ich glaube darüber müssen wir nicht reden aber wenn es die aufnahme fordert und ihr hört bisschen jazz bis ins soul es fehlt nichts und das ist das allerwichtigste es fehlt nichts an der musik es ist alles da und zu keinem zeitpunkt habe ich mich gefragt das ist jetzt aber schwierig das ist jetzt aber zu wenig da ist irgendwie jetzt ein loch da fehlt mir was ist es objektiv ich bin schon fan von yamaha muss ich ehrlicherweise gestehen und das wisst ihr auch aber ich kann den klang trotzdem so beschreiben dass ihr euch vielleicht etwas daraus ziehen könnt und mehr versteht warum ich von dem yamaha so begeistert bin dass er gebaut ist wie ein panzer müssen wir nicht darüber reden das gibt so viel da draußen im internet dass der aber den klang dazu liefert natural sound so wie sich yamaha denn vorstellt natürlich muss man immer dazu sagen für mich passt es für mich passt es und die vorne vorstufe mit mm und mc ist tadellos sie ist sehr rauscharm ich habe eine wunderbare separation trotzdem zusammenhängt ich habe die bühne die ist einen tick kleiner als beim musical fidelity ist nicht ganz so weit kommt mir hier auch eher zugute ich finde nichts was mich davon abhalten würde den zu kaufen bis auf dass ich den musical fidelity habe und jetzt nicht nochmal leider das geld ausgeben kann aber ich muss feststellen yamaha hat oder yamaha ist sich treu geblieben deswegen nochmal dieser dieser spruch er ist so federleicht ist so selbstverständlich er zeigt alles da und das mit viel gefühl es ist überhaupt keine arbeit für ihn einfach musik extrem gut darzustellen und gleichzeitig nokt er dich aus wenn es sein muss wenn es die musik erfordert da bleibt ihr die spucke weg man erschrickt teilweise war man vielleicht das saxofon hier oder bei roger waters da die verschiedenen effekte oder da eine explosion da ein schuss so ansatzweise rübergebracht wahnsinn einfach nur ein riesen spaß und spaß muss es machen dennoch das ganze audio viel gelöst denn sämtliche audio vielen aufnahmen von mir waren ja einfach dennoch mit spaß versehen und ich habe so ein bisschen die die augen zugemacht ist zurückgelehnt und habe einfach zweimal john coltrane gestern gehört und ich habe nicht darauf geachtet wo was ist und ich habe die augen zugemacht und habe mich einfach von dem klang ja einlohnen lassen wollte ich schon sagen also ich habe mich damit umarmen lassen und ich hatte einen riesen spaß noch mal eine so leichte selbstverständliche darbittung der musik trotzdem fehlt nichts es ist nichts übertrieben wobei da auch je nach lautsprecher und je nach raum sollte man sich den anhören das ist ganz klar wenn ich jetzt extrem zu hochton neigende lautsprecher habe sollte ich mal schauen denn der nimmt einfach nichts davon weg aber gar nichts das ist einfach wie es ist so gibt es wieder ich finde da gibt auch nichts dazu aber denn definitiv bremste eure lautsprecher in diese richtung nicht ein das wird hier nicht passieren aber vielleicht passt das deswegen genau deswegen so gut hier zu mir zu meinem zu meinen hörgewohnheiten zu meinen lautsprechern zu dem rest und mir gefällt es einfach dass ich nicht darüber nachdenken muss was ich höre sondern ich höre es einfach es wird mir wunderbar präsentiert und dennoch mit einem werf und einer ansatzlosen dynamik einem schmiss einem punch den hatte ich hier so noch nicht auch von den lautsprechern und diese explosivität wow yamaha well dann finde ich für mich das emotionale review des yamaha ich bin mir sicher ich könnte noch stundenlang sitzen und euch davon erzählen ich hoffe ihr konntet euch daraus ein bisschen was rausnehmen rauspicken oder ein bisschen über den yamaha erfahren wie er klingt wie ihr euch das so vorstellt und ich hoffe es hat euch gefallen meine sicht meine review zum yamaha as 2200 vielen dank dass ihr bis hierhin mit mir ausgehalten habt dass ihr euch das video angeschaut habt und ich würde sagen wir sehen uns ganz schnell bei dem nächsten video also bis dahin macht's gut